Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und wir stehen gerade Cooked Burgers und das Spiel, ja, das werden vielleicht manche von euch kennen, manche von euch auch nicht. Aber was ich genau mit meine ist, von einem ehemaligen anderen Spiel, ich weiß nicht wie die Seite hieß, da gab es auch dieses lustige Spiel und das wurde jetzt in Roblox nachgemacht. Und wir sagen, wir legen sofort los und ja, wir haben hier ein Restaurant und wir können hier Burger servieren. Und das Coole ist an diesem Spiel, dass wir sogar das in VR spielen können. Das wird richtig lustig. So, ich würde sagen, wir holen uns mal kurz hier einen Auftrag von einer Person. Geht das irgendwie? Kann man die anklicken? Ich kann die anscheinend auf den Kopf fassen, was sonst so ist. Aber die wäre anscheinend, wenn ich das richtig lesen kann, einen großen Burger. Das heißt, wir machen dieser Person einen großen Burger. Was ist das denn hier? Ah, okay, das ist eine Platte. Also, wir werden jetzt vorhin das machen, da Musik im Hintergrund läuft, die ich nicht weiß, ob sie copyright free ist. Da habe ich das mal kurz rausgelassen. Warum kann ich diese... Was? Ich kann open this door. Ja, aber wie? Ah, okay. Verstanden. Also, hier sind die Paddies drin. Und in Lieferung wurde auch schon, äh, ja, angeliefert. Was natürlich voll anscheinend daneben geht. Aber okay. Und, hä? Okay, das ist komisch. Die Paddies gehen sofort kaputt. Okay, wir machen uns erst einen Burger heute. Das heißt, oh, hier ist eine Ratte. Und die Ratte, nee. Oh nein, die Ratte nimmt den Burger. Oh mein Gott. Ähm. Geht das? Weil das im Originalspiel ging das so. Da konnte man Mäuse ertrinken, warum man das auch immer machen konnte. Man konnte es dann nachher, waren die tot. Und ich glaube... Ja, diese Maus ist auch tot. Okay. Das heißt, wir können diese Maus auch dann entsorgen. Das heißt, wir packen die hier rein. So. Oh, hier sind so viele Mäuse. Alle rein da. So. Die Mäuse sind jetzt weg. Und jetzt werden wir unseren eigenen Burger machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein unteres Paddy. Das wäre das hier. Und hier sind die oberen Paddies. Okay. Dann brauchen wir einen Burger. Wir ordern mal kurz noch ein bisschen Fleisch. Denn mir ist halt aufgefallen, dass uns voll viel Fleisch eigentlich fehlt und so. Deswegen lasst mal Fleisch ordern. So, in der Zeit, wo wir das machen, nehmen wir kurz hier so ein Paddy und packen das mal auf den saftigen Grill. So. Hier noch ein paar mehr machen, dass wir auch Bescheid wissen für später, dass wir noch ein paar mehr Burger machen sollen. Und in der Zeit, wo das gerade gebrutzelt wird, warten wir kurz auf die Lieferung. Kann man das schon rausnehmen? Oh ja, wir können. Aha. Okay. Das heißt, wir packen diese Kiste mal hier rein. Unboxen die. Und packen das ganze Fleisch mal hier rein. Weil dann stimmt das gar nicht so. Und dann können wir es halt da drin lagern. So. Alles mal schön rein da. Zack, zack, zack. So. Oh. Und dann können wir gleich den Kasten sofort wieder entsorgen. So. Nochmal die Tür zu. Und jetzt. Ja, okay. Er rennt mit dem Müll rum. Ah. Und unsere Paddy sind fertig. Also das hier. Das wir brauchen natürlich, ne. So. Jetzt perfekt. Das heißt, wir legen das so drauf. Dann, ich glaube, der wollte noch. Aber wir müssen das hier, glaube ich, drauf machen, ne. Ich glaube, wir müssen das hier drauf machen. Also nochmal. Das heißt, einmal drauf hier. So. Dann das Fleisch da drauf. Äh. So. Haben wir noch Käse? Oh, hier sind Tollwutsraten sogar drin. Uiuiui. Okay, dann nehmen wir diesen Stückchen Käse hier. Oh. Hat er das Stückchen Käse? Na, komm. Das Stückchen Käse. Okay. Dann den Salat. Oh. Das backt anscheinend ein bisschen sehr extrem rum. Aber auch okay. Und dann. Boom. Wie? Hat das nicht funktioniert, oder wie? Ähm. Mäuse. Mäusels. Oh Gott. Hier steht es ja nicht rein und fein. Deswegen packe ich es mal kurz in die Mauste rein. Die wird sich nicht sicherlich drum. Äh. Ja. stören. Ich freue mich aber gerade, wie man diesen Burger hier servieren soll, wenn der... Oh. Okay. Ich check's. Ich check's. Okay. Warte. Warte. Nein. Oh. Warte, 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 warte. Das Lustige ist, wir können ja dieses Spiel auch im VR spielen. Das heißt, ich würde auch mal dazu eventuell eine VR-Folge machen. So. Guckt euch nochmal, Mann. Das ist ein perfekter Burger. Was will man mehr? Also, packen wir mal hier hin. Und ich glaub, der hat einen anderen Burger bestellt, aber okay. Er scheint ja wohl mit zufrieden zu sein, oder? Ne, es sind nur zwei Geld. Oder so. Ja, okay. Dann machen wir nochmal eine Bestellung. Hier, Pommes können wir auch mal machen. Wir machen mal Pommes. Das heißt, wir nehmen einmal hier dieses Teil. Oder können wir? Wir können es nicht. Okay, dann packen wir es einfach da rein. So. Mal kurz die ganzen Sachen hier wegpacken. Wir müssen den Platz hier aufräumen, schön. Darf natürlich... Oh, was ist denn da drin? Ah, was ist das drin? Okay. Schmeißen wir es mal kurz alles weg. Denn wir wollen nur frisches Brot hier haben. Nicht irgendwie, was hier schon länger liegt und so. Das sind die Fries. Das heißt, packen wir die Fries hin. Und dann packen wir das mal kurz in den Müll. In den Müll damit. Auch bitte. Da... Hallo? Okay, geht nicht in den Müll rein. Da machen wir mal ein paar Pommes. So. Ich steuere doch nicht, wenn wir jetzt... Oh Gott, die Pommes fliegen weg. Ich steuere jetzt keinen, wenn wir die Pommes hier ohne dieses Gitternetz da reinpacken. Und dann einfach ein paar Pommes machen. Dann passt das schon. Ich bin Bockprofi. Was wollt ihr? Ich bin der einmalige Backprofi. Hör mal. So. Jetzt warten wir mal kurz, bis diese Pommes fertig sind. Oh. Ich glaube, die sind schon... Sind die schon durch? So. Ich glaube, die Pommes sehen fertig aus. Das heißt, packen wir das auf ein Tablett wieder. Einmal hier drauf. Also die Story ist ein bisschen sehr gewöhnlich, aber okay. So. Packen wir das da drauf. Hallo? Pommes? Oder müssen wir da noch irgendwas für extra draufpacken? Ich glaube, ja weniger. Hä? Hä? Also das ist schon ein bisschen confused gemacht irgendwie. Muss man schon ehrlich sagen. Können wir jetzt aber bitte die Plate irgendwie umdrehen? Hallo? Ah. Sieh an. So. Und jetzt? Ah. So. Jetzt hat es irgendwie funktioniert. Kein Plan warum. Aber wo ist denn der Kunde mit der Pommes hin? Pommes, Pommes. Kein Kunde mit Pommes. Haben die Hunger auf eine Pommes? Oh. Ich glaube, der Kunde ist gegangen. Aber wir nehmen diese 6 Dollar hier. Die der Kunde liegen gelassen hat. Oh. Ich glaube, das... Ah, doch. Aber... Will keiner eine Pommes? Oh mein Gott. Okay. Dann kriegt ihr eine Pommes. Aber wenn ihr gar nicht wolltet, ihr kriegt trotzdem eine Pommes. Ja, genau. Also er hat anscheinend nur... Fry's Block... Ist er umgefallen? Oh, wow. Okay. Weil können wir so zum Supermarkt gehen? Das ist ja ja cool. Vielleicht macht es doch so ein bisschen Geldsgrinden sogar in dem Spiel. Wir haben hier einen Bankautomaten. Select Amount. Ich habe 8 Dollar. Okay. Wow. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Aber okay. Ähm. Place Money. Und wir packen mal ganz viel Geld rein. Kein Problem, wir müssen in so kleinen Scheinen bekommen. Jetzt geht das ganze Geld natürlich wieder weg. So. Einmal. Dann so. Oh. Liegen hier geheime 5 Dollar rum, oder wie? Oha. Interessant. Und jetzt noch den letzten Batzen an Geld. Und dann kaufen wir uns mal, was man auch immer hier kaufen kann. So. Was gibt es denn hier? Wir haben gerade einen Wert von 13 Dollar. Und wir können uns Sachen kaufen. Sehe ich hier gerade. Bunbox. Das ist eine Bunbox. A box contains bottom buns. Also wirklich Sachen zu kaufen halt. Und nicht zum Bestellen. Ui. Das ist aber mal interessant. Eine Katze. Können wir damit die Ranten entfernen halten, oder wie? Wow. Das ist cool. Strange Potion. Irgendwas, was wir für wie viel? 13 Dollar kaufen können. Ein Basketball. Okay. Wir kaufen mal ein Basketball. Ähm. Warum auch nicht? Ja. Komm. Wir kaufen mal ein Basketball. Ui. Danke. Danke. So. Aber ich will noch mein restliches Geld irgendwie loswerden. Geht das? Komm. Wir kaufen mal hier davon was. Hä? Aber hab ich gesagt. Hab ich gerade Geld dupliziert? Hier liegt viel mehr Geld rum, glaube ich. Oder? Warte mal kurz. Wir packen mal hier 2 Dollar drauf. Oh. Warte mal. Warte mal kurz. Wir nehmen jetzt mal kurz hier den Salat für 1 Dollar. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Wir platzieren den? Wir platzieren den dann? Können wir ihn trotzdem kaufen? Warte mal. Wir packen wieder 1 Dollar hier drauf. So. Jetzt die Katze. Okay. Komisch. Also irgendwie wollte der gerade irgendwie... Geld hat er gefühlt gedroppt. Das ist komisch. Das ist irgendwie komisch. Egal. Wir gehen mal raus aus dem Ranzladen. Gibt es hier noch irgendwas, was man so finden kann? Oder irgendwie so eine Art? Aber ich glaube eher nicht, oder? Also wir können so in die Gebäude rein. Was sehr cool ist. Warte mal. Warum kommt denn das eine Gebäude da rein? Was würde mich interessieren? Okay. Hier ist anscheinend nichts. Aber hier scheint wohl nichts drin zu sein. Hm. Ist hier was drin? Hier ist ein Baguette. Oh. Und hier ist ein Auto. Können wir das fahren? Das ist ja lustig. Okay. Es sind mehr Baguettes. Was auch immer das hier sein soll. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es hier. Okay. Auch ein leeres Haus. Dann würde ich sagen. Machen wir noch ein paar Burgerchen. Würde ich sagen. Ein paar Kunden zufriedenstellen. Warum auch nicht? So. Ich glaube wir können. Mein Gott. Hier sind so viele Mäuse unterwegs. Okay. Wir wollen. Also. Die wollen einen Burger haben. Pommes sind dabei. Wir können denen Pommes geben. Guck mal wie schön knusprig braun die sind. Das ist so eine leckere Pommes. Die würdet ihr doch auch von mir nehmen und essen. So. Und mal drauf. Hallo. Wo ist jetzt die Platte hin? Da. Okay. So. Kann der bitte weggehen? Danke. So. Wer will denn die Pommes haben? Pommes? 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 Die will die Pommes haben. Da. Gib mir dein ganzes Geld. Los. Ess schneller. Ah. Guck mal. Das sind 6 Dollar. Oder 6 Money. Okay. Dann würde ich sagen. Machen wir mal einen normalen Burger. Das heißt. Wir nehmen jetzt mal kurz Wursten. Der. Paddies. So. Dann machen wir mal kurz hier. Uns noch einen Burger. Das sind schon die Paddies. Sind das die? Aber das sind die unteren. Ne? Das sind die unteren. Wir brauchen aber die Bottom Ones. Nicht die Top Ones. Wo sind die Bottom Ones? Oder sind die schon angeliefert worden? Ich glaube das sind die. Hören die als alle eins ein? Komisch. Wir gehen mal kurz das da reinpacken in den Laden. Wenn das da reinpasst. Kann ich da das reinpacken? Hallo? Oh Gott. Oh mein Gott. Geht das da rein? Das ist so schwer. Weil irgendein Dulli immer am Weg steht. Packen wir die mal hier hin. Hm. Also hier sind irgendwie nur Top Teile. Ich weiß nicht ob das auch als Bottom zählt. Aber wir können es ja mal versuchen. Also so einen. Dann brauchen wir den Käse. Dann haben wir den Käse. Ah guck mal. Doch. Hier liegen die auch. Die liegen auch hier rum. Die ganzen Ratten essen die immer auf. Hier lassen die unteren Teile. Kann ich das irgendwie loswerden? Ich glaube nicht. Ne? Nein. Okay. Dann machen wir mal eine neue nochmal. Das heißt wir machen den hier hin. Dann packen wir den da drauf. So. 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 Ja okay. Packen wir den Käse drauf. Dann brauchen wir auf jeden Fall Fleisch. Ich weiß nicht. Ist das Fleisch oder ist das so nach angebraten Burger aus? Aber wir haben noch hier ein ganz frisches Paddy liegen. Dann habe ich da aufhören meinen Burger komplett zu ruinieren. Oh mein Gott. Ich glaube das hätte mir doch lieber einen VIP-Server holen sollen, der gratis ist. Oh mein Gott. Ist das hier ein. Ist auch mal lieber nichts dazu. So. Jetzt nochmal. Komm. Burger. So. Wenn wir den Käse haben, packen wir den Käse hier drauf. Dann auf den kommt die Scheibe. Von da aus kommt dann wieder Käse. Jetzt brauchen wir wieder einen Paddy. Ich glaube nicht, dass es ein Paddy ist, aber ich packe es mal drauf. Dann brauchen wir Salat. Und diesen Lat finischen wir hier mit. Na komm. Und perfekt. Dann können wir das ja abgeben an den Typen, der den tollen Burger haben will. Das war hier. So einer war das. So. Ich hoffe, wir werden den Burger mit dir schmecken. Der sieht doch prachtvoll aus. Guck mal an diesen super tollen Burger. Genau. Er hat für irgendwas bezahlt. Er ist verwirrt. Aber wir haben Geld gemacht. Und ich würde sagen, das war es dann auch mit Cooking Burgers. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben, wenn ihr richtige Ehrenmänner seid. Oder Ehrenfrauen. Einfach ein Abo da. Vergesst nicht die Glocke zu klicken. Wenn ihr jetzt keine neuen Videos auf meinen Kanal verpasst. Und ich würde sagen, bis jetzt bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.